Was? Hä? Also, tut mir leid, aber... Das ist echter Scam hier. Um es mit den Worten mit Kernen zu beschreiben. Wenn ich jetzt nochmal eine Einswürfel höre, hier aufzuspielen. Tschüss, Tom. Ja, danke, Spiel. Alles klar. Ich bin raus. Ganz ehrlich, das ist der größte Scam, den ich jemals miterlebt habe. Tom will nie wieder. Oh, ist das schön. Jo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu diesem Video, worauf ihr gewartet habt, weil ich muss jetzt meinen Titel verteidigen. Weil ich bin ja Mario Party Champion und heute gibt es die zweite Runde bei mir. Danja, also ich sag mal so, Lena und Tom sind auch dabei, aber ihr seid ja eigentlich nur da, damit wir vier Spieler sind, oder? Nein, wir sind da, weil unsere Freunde sind, deshalb sind wir ja auch im Freundehaus. Ja, ich weiß ja nicht. So, auf jeden Fall gibt es heute wieder eine XXL-Party. Zehn Runden werden wieder gespielt. Mal gucken, welche Map wir heute aussuchen. Hallo, Danja, verschwindest du mal da, bitte? Ja, ich bin ja schon weg. Keine Sorge. Natürlich mache ich mit Mario weiter. Keine Sorge, ich nehme dir nicht deinen bärtigen Dude weg. Er ist der Superstar, genauso wie ich. Also beim letzten Mal ist es echt gut gelaufen. Ja, jetzt hör auf anzugeben. Was willst du denn für eine Map? Mach mal weiter. Die ist gut. Nochmal. Die ist nicht gut. Nochmal. Das Spaceland ist nicht gut. Die ist chaotisch. Weiter. Dann sind wir wieder da. Komm, wir spielen auf Tropical Island, ist okay. Ja, sonst kannst du entscheiden, wie du willst. Ich entscheide hier gar nichts. Doch beim letzten Mal war es. Ja, ist wahr, so ist okay, ist okay. Let's go. Let's go. Wahoo. Also, ich sag mal so, ich bin ja jetzt ein bisschen in Übung, Leute. Und ich hoffe, ihr habt euch was zu trinken, was zu essen geholt, weil es wird relativ entspannt heute. Denn Nummer eins steht schon klar. Wir sind gespannt, wer auf Platz zwei, drei und vier heute landet. Mhm. Wir sind auf Yoshi's Tropical Island. Oh, ich hab jetzt so richtig Lust auf Wassermelone. Hast du denn Wassermelone? Gerade nicht. Oh, guck mal, ist das noch von der Nintendo 64, glaube ich, Fotos gewesen. Mhm. Ist das süß. Ich glaube, die werden sich sogar daran erinnern, dass ich halt der Superstar bin. Bestimmt. Das Spiel heißt ja auch Mario Party Superstars. Wenn du noch einmal sagst, dass du der Superstar bist, dann muss ich mich, glaube ich, übergeben gehen kann. Wirklich. Okay, dann sage ich, ihr seid keine Superstars. Nach drei Minuten habe ich gehofft, dass niemand mehr Lust hat. Es ist wirklich unglaublich. Ich hab den Würfel in der Hand gehabt. So, let's go. Na super, Tom. Oh, Tom. Ja. Mann. Ich glaube, ich bin auf dem Letzten. Danja, mach jetzt. Jetzt geht er wieder dran los. No. Oh, stark. Superstar. Superstar. Richtig gut vom Superstar. Oh Gott, Kahn fängt ja super an. Ja, das ist... Hallo, das ist doch nur die Reihenfolge. Ja, die ist nicht ganz unwichtig. Ja, komm. Das würdest du jetzt auch sagen, wenn ich das letzte Mal auch auf dem letzten Platz gelandet wäre, würde ich das auch sagen. Nein. Ich hab das auch ein letztes Mal gesagt und ich war auch auf dem letzten Platz. Wenn ein Würfeln ist echt Superstar-like, muss ich sagen. Ja, ich will euch hier auch ein bisschen die Chance geben. Ach so. Wo ist der Stern? Okay. Ich glaub auf der rechten Seite, ne? Der wechselt hier auch immer nur von links nach rechts, wenn man auf ein Ereignisfeld kommt. Okay. Okay. Woher weißt du das? Weil ich das Spiel schon mal gespielt hab. Ja, aber das ist jetzt nicht fair, ne? Weil wenn du jetzt gewinnen solltest, dann ist das nicht fair. Das ist egal, du bist ja der Superstar. Ja, das stimmt. So wie die Obi bei Lena nicht fair war. Ich steh schon. Danke, Tom. Vielen, vielen Dank, Tom. Das ist jetzt nicht Thema, okay? Das war echt unangenehm, Tom, oder? Das war richtig unangenehm. Oh. Ja. Ja. Das muss ich auch sagen, war auch sehr unangenehm. Okay, war das jetzt... Ach so, jetzt ist der Stern nach links gewandert. Hä? Top. Jetzt schon? Tom, danke. Vielen Dank. Das war stark auf jeden Fall. Eins gewürfelt. Okay. Let's go. Einfach der Star. Ja, also wenn man jetzt wieder auf das Ereignisfeld kommt, switcht er wieder zurück. Ne, ein bisschen. Ist das die ganze Zeit so? Mhm. Okay. Okay, Lena kriegt immer ein bisschen Cash in der Tash. Hey, ich beschwere mich nicht. Jetzt ist Peach dran. Puh. Komm, Daniel. Ach so, ich muss drücken. Ich hätte gedacht, ich kann auch... Bei dem anderen Mario Party kann man einfach den Joy-Con nach oben schmeißen. Okay, auch für mich gibt's ein bisschen Cash. So, jetzt ist natürlich Mario dran und wir wissen, was jetzt passiert. Er kriegt jetzt einfach eine 10. Yes! Ja, eine 8 halt, ne? Hm. Ja, dann bin ich vorne. Ja. Ähm. Genau, geh mal bitte nach rechts. Bitte. Tu's einfach. Wie kann ich denn jetzt nach oben? Ja, du musst nach rechts. Geh schön nach links. Ja, mach ich doch, aber es geht nicht. Ach so, ah, okay. Ich muss einfach nur drücken. Okay, ich verstehe. Jetzt gehst du nämlich schön nach links und der Stern kommt nach rechts. Vorrat. Ja, also ich geh davon aus, dass ihr so oder so noch auf einem Ereignisfeld landen werdet. Wie der denn immer da rüberkommt? Also Tom, du gehst doch jetzt nicht davon aus, dass das das letzte Mal war. Glaube ich nicht. Daniel? Ja? Wo konnte man nochmal die Karte eigentlich sehen? Äh, ich bin mir grad unsicher. Ja. Du kannst das, wenn du dran bist, äh, unterwürfeln. Da. Ah, okay. Spielbrett ansehen steht da drin. Ah, da war das nochmal. Dankeschön, danke. Okay. Es gibt das erste Minispiel und ich kenn's natürlich nicht. Was? Ah, ich... Ach so, okay. Oh Gott, das ist ja... Ui. Ich verstehe. Okay. Warte, ich will aber auch mal üben. Ja, jeder einmal würde ich sagen. Ja. Uiuiui. Okay, I'm ready. Okay, das ist ja einfach nur drücken, ne? Also hört sich jetzt so einfach an, ist es aber wahrscheinlich gar nicht. Okay. Er ist schon ein bisschen tricky. Ah, okay. Da ist noch einer, der das gut kann. Verflixt. Ja, du hast... Äh, muss man das immer zur passenden Zeit drücken oder einfach nur... Ich denke schon, dass du die richtige Taste drücken musst, ja. Ja. Ja, okay. Okay. Jetzt muss ich hier auch noch vorlegen. Der Tor ist als erstes dran. Wow. Okay. Oh nein. Okay. Okay. Hä, war doch gut. War okay. Hätte besser laufen können. Wow. Guck. Hä? Hätte besser laufen können. Wow. Was ist denn hier los? Das war stark. Oh. Was ist denn hier passiert? Das war stark. Habt ihr einfach schnell gedrückt, oder? Du musst schon treffen, ne? Du musst schon treffen. Ach. Tust du, als ob dir jetzt voll die Expertin wärst. Du hast einfach nur Glück gehabt. Das war, glaub ich, kein Glück. Das hat Lena echt richtig abgeholt. Hopp, hopp, hopp. Hä? Aber ich drücke voll schnell. Was war das denn? Ja, aber ich drücke voll schnell. Was war das denn? Also, das war, ja. Skill. Aha, okay. Das war ... Ja, ist okay. Das war strong. Ja. Ja, ist in Ordnung. Super. Star. Also, wenn das Spiel hier anfängt zu scalmen, dafür kann ich ja nichts. Ach, jetzt ist das wieder die Karte, die du spielst natürlich. Ja, immer wenn Lena gewinnt, wird's unfair. Ja, Lena gewinnt, wird's unfair bei ihr. Egal, wer gewinnt. Ist okay. Es war die erste Runde. Beim letzten Mal hab ich die erste Runde auch verloren. Alter. Ja. Ja. Stark, Tom. Sehr gut. Tom, heute mit dich mit einer Eins fortbewegen. Ja. Da hat sich das ja richtig gelohnt, als erstes zu starten, Tom, ne? Ich mach heut ganz entspannt. Ja. Wie beim letzten Mal. Tom kriegt heute den Schleich, äh, den Schleichstern danach. Du kommst ja trotzdem zum Stern. Boah. Ne Sternröhre, Mann. Ach so, musst du jetzt ... Na. Fast. 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 So knapp. So knapp, Mann. Sag mal so, wenn ich weiter Einsen würfel, hilft mir der Warpwürfel auf jeden Fall. Aber das war zufällig, ne? Ja, das ist zufällig, leider. Kannst ja nicht auswählen. Let's go. Ja, aber ich komm jetzt ein bisschen voran. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Was willst du denn jetzt beim Spielbrett gucken? Lass mich doch mal. Ehrlich, das sind so Leute, die gucken sich das an und haben danach auch daraus gar nichts gewonnen. So, was weißt du jetzt? Ja, sie weiß jetzt, wo sie langlaufen muss. Du kannst doch nicht mal entscheiden, was du würfelst. Was willst du denn jetzt, Kahn? Machst du doch nicht fertig. Lass sie doch spielen. Ey, so Leute, ne? Die machen mich nur fertig. Ja. Ich glaube auch, du. Hahaha. Hahaha. Och man. Oh. Ja. Nur eine Münze? Das ist ja ein Schnapper. Das geb ich doch sehr gerne. Du kannst doch mehrere geben, dann wird's für den nächsten teurer. Ja, aber ihr seid ja hinter mir. Also... Ja, das stimmt natürlich. Das ist schon okay. Wenn's Kahn wäre... Ich hätte 23 eingezahlt. Aber wisst ihr, was gut ist? In den Kommentaren mittlerweile, und das finde ich richtig gut von euch, Leute, steht auch so, dass die Leute das auch sehr unfair finden, dass ihr immer gegen mich seid. Ja, aber das Ding ist halt, diese Leute müssen nicht den ganzen Tag aushalten, wie du die ganze Zeit erzählst, wie toll du bist, dass du alles kannst. Und sobald man mal gewinnt, kriegt man, äh, bist du dann direkt so, ja nee, das ist unfair. Kahn gönnt nämlich niemandem zu gewinnen, außer sich selbst. Aber das ist okay, Leute. Ja. Ich kann das verstehen, weil ihr müsstet sich den ganzen Tag ertragen. Ja, und wenn Tom und ich das nicht während des Spielens ertragen müssen, spätestens aber im Schnitt. Dann im Schnitt. Ja. Acht Stunden am Tag, Leute. Macht das fünf Tage die Woche mit. Das ist, äh, oh. Da freut man sich aufs Wochenende. So, okay. Wieder ein bisschen Cash. Ja, brauchst du, ne? Ja. Also bisher läuft es ja nicht so gut aus, oder? Brauch ich ja ein bisschen, weil ich für den Stern, ha? Drei, okay. Was heißt? Bowser fällt. Ja, gut, dass es am Anfang noch ist. Ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht so wie bei Lena, dass wieder alle da rein müssen. Das war letztes Mal echt schlimm. Ey, das tat mir so leid, wirklich. Es tat mir mega leid. Ja, ist schon okay. Was? Hä? Also, z鵝 mir leid, aber … Das ist ... Echter Scan hier! Du 다시 mit den Worten mit anfangen. Oh. Daniel, komm. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich ... Daniel und ich müssen das hier auch noch rocken. Woop woop. Tom, wir müssen zusammenarbeiten. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Was müssen wir denn machen? Genau, occure. Kaputt hauen! Wir müssen das kaputt schlagen, glaub ich. Kaputt hauen. Aber nicht mich hauen. Okay, und dann müssen wir, glaub ich, wieder ins Auto, ne? Okay, äh, Danja? Wie kommen wir wieder ins Alter rein? Ach, müssen wir ja da immer zusammen. Danja? Nicht mich hauen. Ich würde sagen... Ja, dann verschwinde. Ja, dann mach das halt alleine. Was würdest du sagen, Lena? Ah, nee, wir können uns gegenseitig treffen, oder wie ist das da? Ja, man kann sich gegenseitig treffen. Oh Gott. Mann. Springt die eigentlich automatisch raus und rein, oder? Ja, ich glaube schon. Oh, mach mal, äh, mach mal A und B gleichzeitig, glaub ich. Ja. Das, äh, bringt besser. Ja, aber du brauchst auch mehr Zeit dafür. Das war ein bisschen hart, Lena. Ich hab gerade eben schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gewinnen will. Tom, kannst du nicht... Tom, jetzt hör auf, du musst jetzt gewinnen. Au, Lena hat mir direkt zu meinem Kick verpasst. Hä? Entschuldigung. Wir sind relativ gleich noch. Wir sind bestimmt eine Millisekunde vor. Komm. Mann. Au. Nicht mich. Ja, ist die Stimme, wir sind vorne. Ja, aber da musst du auch ein bisschen nach links. Ich stand schon ziemlich weit links. Du hast komplett nach links gehauen. Aua, Lena, hör auf, mich immer zu treten, Mann. Ja, danke. Entschuldigung. Ich kann da nicht schlagen, wenn du mich trittst. Du musst dich immer kauen. Oh, was ist denn los mit euch, hä? Was willst du denn jetzt, Khan? Ein bisschen langsam, ne? Jetzt entspann dich doch immer. Das ist doch gut für euch. Let's go. Oh, ich glaube, wir haben gewonnen. Oh, schade. Ja. Also, ich möchte an alle, die hier ständig Mitleid mit Khan haben. Hört ihr das? Hört ihr das auch? Oder hört ihr das nur, wenn wir das machen? Hört ihr das? Oh, guck mal, wer auf dem ersten Platz ist. Hm, das ist aber komisch. Da tritt er noch nach. Jetzt seid ihr auf einmal, jetzt seid ihr auf einmal ganz still, ne? Ich möchte es nur mal ein. Ich möchte es nur mal ein. Ich möchte es nur mal ein. Großes Dankeschön an Bowser raus. Danke. Donkey Kong, jetzt nochmal die Eins. Jetzt nochmal eine Einswürfel, höre ich auf zu spielen. Das ist doch wirklich ein schlechter Pferd. Hast du dich? Pechwürfel oder Bach? Oh Mann. Das tut mir leid. Das ist echt ein bisschen mies. Das ist mir gar nicht. Ach, Mann. Okay, Lena Glücksfeld. Das Spiel hat auf jeden Fall schon entschieden, wer heute Letzter wird. Ja, ich glaube auch. Ja, das entscheidet das Spiel immer vorher schon für einen. Es ist ja alles Zufall, ne? Außer die Winnie-Spiele. Da kann man ja noch was rausreißen. Aber sonst ist das ja irgendwie alles Zufall. Ist das schön. Ihr seid gleich schon am Stern, ne? Weiß ich nicht. Das ist natürlich blöd. Ich glaube, Dania steht zwei Felder davor. Ja. Don't say it. Don't say it. Okay. Äh, boah. Komm, dann schnapp ich mir den. Ja, komm, Pilz. Ich möchte jetzt nicht zu viel Münzen ausgeben zu Anfang. Ja, warum? Du bist doch der Star. Du gewinnst doch jedes Minispiel. Du kriegst doch genug Münzen. Ja, ist nicht schlimm. Also jetzt gerade habe ich genügend Münzen auf jeden Fall. So, es gibt ein Vierspieler-Mini-Spiel. Ey, Junge, wenn ich jetzt nicht gewinne. Gerade der Angst. Ich brauche halt, ich darf halt nicht auf dem letzten Platz landen jetzt. Ja. Das wird jetzt ganz, ganz schwer. Okay, was ist das? Was muss man denn machen hier? Ah, okay, man muss auf dem Pfad bleiben. Wow, wow. Oh, super, ey. So was kann ich halt mal richtig gut. So ein bisschen Delay auch schwierig. Och, das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Warte, geht das vielleicht dann? Alter, das ist ja echt der Horror. Und da muss man auch den richtigen Weg noch finden, ne? Das ist ja echt der Oberterror. Das ist ganz furchtbar. Sagt denn die Farbe irgendetwas? Es gibt ja einen blauen und einen roten Pfeil. Alter, dieses Spiel ist ja richtig gemein. Oh Gott, ich, nee, das war's. Also da werde ich garantiert nicht. Dann ist nix. Boah, das wird schwitzig jetzt. Das wird richtig schwitzig. Okay, wir sehen die Zielfahne. Aber wo müssen wir langen, das weiß keiner. Ja. Wie auch. Nein. Oh, direkt erst mal runtergefallen. Sehr gut. Nein. Wo seid ihr langgegangen am Anfang? Rechts oder links? Jetzt bin ich links gegangen. Rechts. Oh. Weil ich vorhin schon rechts gelaufen bin und zwar katastrophal. Aber das hier ist nicht besser. Nein. Ey, das ist ja echt schlimm. Wo ist es denn, Mann? Keine Ahnung. Das ist ja, was ich mir jetzt hier wünsche. Nein. Jetzt, wie kann das denn sein? Let's go. Nein, er hat's nicht gefunden, ne? Mann. Ich war, ich muss aber auch sagen, zu Anfang, ich war richtig gut. Weil ich bin kaum runtergefallen. Ich hab geschafft. Oh, Tom. Oh, Tom ist letzter. Was denn? Ich bin im dritten Platz. Da krieg ich, glaube ich, noch zwei Minuten. Oh, du kriegst noch welche. Ja, genau. Es reicht. Es reicht. Aber jetzt komm nicht aufs rote Feld, ne? Vor dir ist nämlich eine rote. Ja, die Sache ist halt, ich glaube, du kommst da vorne. Ich weiß nicht, bleibt der Stern da, wenn sich einer den Stern schnappt? Ich glaube schon, ja. Tom, mein Bruder. Ich wette, mit mir wird gewechselt. Ich hoffe nicht. Ah, doch. Mann. Nein. Ja, und jetzt wieder eine Eins. Komm. Ja, danke, Spiel. Tom, ich danke dir. Ja, ich bin raus. Genau. Ganz ehrlich, das ist der größte Scam, den ich jemals miterlecht habe. Tom, mach das nicht. Tom will nie wieder. Oh, ist das schön. Das ist ja so unheimlich mies. Oh, ist das schön. Oh, das ist. Ja, klasse. Ja, jetzt müssen wir jetzt nicht ein Minispiel spielen. Ah, nee, doch nicht. Ich glaube, jetzt noch nicht. Oh, je, 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 je. Klasse. Okay, komm, jetzt mindestens eine zwei, mindestens eine zwei, mindestens eine zwei, mindestens. Ei, ei, ei. Das war aber knapp. Das war sehr knapp. Hey, Danja, heute bist du die erste Person, die einen Stern bekommt. Ja, ich bin wahrscheinlich dann auch die erste, die ihn wieder verliert. Aber ich glaube, der wechselt doch jetzt, ne? Ich weiß es halt nicht. Das werden wir jetzt rausfinden. Ich glaube, der geht weg. Ja, jetzt geht er weg, weil ich jetzt auf das... Jetzt so oder so. Toll, danke, Danja. Tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Hey, dann bin ich ja vielleicht in zehn Runden da. Ja, das kann sein. Ja, stimmt, du könntest jetzt gleich da sein. Ja, klar, gleich. Wenn du mit Einsen weiterkommst, dann wahrscheinlich... Hä, achso, bin ich am Zug? Ja, ich bin am Zug. Ich heule. Ja, jetzt, Tom, danke, du hast ja eins an mich abgegeben. Der Tom-Fluch. Vielleicht ist das auch nur ein temporärer Zustand bei dir, Kahn. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du die ganze Zeit nur Einsen würfest. Ja, könnte schwierig werden. Okay, wieder ein Vierer-Mini-Spiel. Münzband. Münzband. Ja, das wird ganz schlimm, das kann ich nicht. Oh, nee, das ist mir irgendwie zu viel Denkleistung. Na, es geht noch, tatsächlich. Ihr dürft halt nur nicht diese Boxhandschuhe erwischen. Ja. Aua. Ja, jetzt bin ich schon wieder raus. Jetzt bin ich schon wieder rausge... Oh, Gott. Ja, super. Ach, ist auch klar. Aber egal, jeder kriegt ja die Münzchen. Ist schon okay. Immerhin 16 Stück. 20. Ja, ich hab auch 16. Ich mag diese Münzspiele. Die fühlen sich immer belohnend an. Da gibt's auch keinen Verlierer. So, jeder kriegt halt seine Münzen. Da muss man nicht gegeneinander. Das ist alles immer schön. Oh, Lena, guck mal, wie hübsch das aussieht gerade. So kann man es doch bleiben. Ja, und guck mal, wie traurig Mario gerade guckt. Und du hast einfach 60 Münzen. Kann man sich eigentlich mehrere Sterne direkt kaufen? Hm, das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Hey. Hey, was ist los, Tom? Jetzt kommst du da zum Stern. Jetzt, let's go. Weggesnackt. Und jetzt vertippen und nein, danke drücken. Das wär's. Oh, das wär's. Da wär's aber selber schuld. Da hätte ich auch kein Mittelmeer. Ja, also klar ist, dass ich immer noch am besten spiele bisher, aber ich bin halt noch nicht am Stern da gewesen. Ja. Er ist doch so. Ja. Wie viele Minispieler hast du? Oh, let's go. Jetzt geht's aber ab bei dir, Tom. Also jetzt ist es vorbei mit Mitleid. Jetzt ist Ende Gelände mit Mitleid bei dir. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, Tom, also jetzt bist du wieder auf der Gewinnerspur. So, und wie es aussieht, jetzt, das ist hart. Das ist richtig hart hier. Das ist echt mies. Ja, verdient. Yes. Oh, nein. Oh, au. Es tut mir leid, Lena. Es tut mir wirklich leid. Oh Gott, was ist denn jetzt der Bowser-Ring? Das kenn ich auch nicht. Oh, nein. Boah. Oh. 18 Münzen? Boah, das ist mies. Aber du hattest zum Glück viele Münzen. Was ist das denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Oh, ist das gemein. Einfach nur der Effekt. Hat der mir jetzt was gebracht, oder war das jetzt einfach nur... Oh, ja, super. Oh, nein. Ja, sowas von verdient. Oh, nein. Ist das schlimm, Lena? Das ist richtig schlimm. Ich krieg jetzt alles ab. Alter. Das ist ja echt mies. Bowser-Mescher. Was ist denn das? Oh, nein. Das sieht ganz schlecht aus. Okay. Jetzt werden wir alle überall anders im Geschmack. Oh, nein, oder? Ah, okay. Super. Super, super. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ja, wir sind halt alle irgendwo anders auf der Karte, ne? Ich weiß nicht, ob wir jetzt... Ja, ich glaube, wir haben alle getauscht. Ja, ich bin jetzt da, wo Tom war. Ja, du bist am Stern vorbei. Ei, 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 ei. Naja, immerhin ein bisschen Geld, wa? Und immerhin nicht aufs Bowser fällt. It's something. Boah, plus 20 noch einfach. Okay, Khan. Oh, das war knapp. Boing. Oh, was ist das denn? Boah, am besten Stern-Clown. Äh, von... Äh, Danja. Oh, Junge, mach doch einfach auf zufällig. Was ist denn mit dir? Mach es doch einfach auf zufällig. Was war das denn jetzt? Ey, ganz ehrlich? Ganz ehrlich? Das ist richtig mies. Das ist richtig hinterhältig von dir. Das ist richtig hinterhältig. Also schön, dass ich jetzt meinen Stern so bekomme. Das Problem ist, ich hab jetzt nur neun Münzen. Ja, auf jeden Fall. Du bist einfach so der Nette. Und du hast es einfach nicht verdient, dass man sich mal freut, wenn du mal Pech hast. Du armer Khan. Du tust mir richtig leid. Let's go. Danja, wollen wir heute nur noch zu dritt aufnehmen? Ich glaub's auch. Ja, komm, das wollt ihr jetzt. Warum? Ja, normal. Weil ich der Champion bin. Ja, weil du der Champ bist. Der Champ, der sich Sterne... Weil ich der Champion bin. Egal, ich krieg die Krise. Ich hab vorhin noch gesagt, ich bin die Erste, die den Sterner wahrscheinlich wieder los wird. Achso, wir müssen uns verstecken. Ich hab's jetzt aber auch grad nicht ganz verstanden. Es kann auch nach einer Runde vorbei sein, wenn wir alle im Gleichen sind. Äh. Hä? Was? Ich hatte mich doch versteckt. Champion. Oh. Ja, ist ja nicht schlimm. Solange ihr beiden gewinnt, gewinne ich ja auch. Achso, jetzt sind nur noch... Ja, das ist ja mies. Ja. Och. Nee. Tom? Tom? Jetzt gib alles. Das ist so eine 50-50-Sache, ne? Mmh. Ei, 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 ei. Das ist 50-50, ja. Das hast du aber clever gemacht. Ich hab echt keine Ahnung. Das ist jetzt wirklich... Oh, Tom, sehr gut. Ja, jetzt 50-50 tatsächlich. Oh, yeah! Ja, ist Tom, sehr gut! Let's go. Ja, Lena! Was ist denn los? Du bist ja voll schlecht. Oh, sehr gut gemacht, Tom. Als wenn du das besser gemacht hast. Du bist direkt als erstes rausgeflogen. Ja, aber was da steht, ich hab gewonnen. Und ich bekomm 20 Münzen. Ja, auf den Sieg anderer, ne? Ja, und? Das interessiert mich doch nicht. Gewonnen ist gewonnen. Den Stern hast du auch richtig richtig gewonnen. Ich möchte noch mal anmerken, falls Khan diese Runde gewinnen sollte, hat er beide Runden gewonnen, indem er einer anderen Person den Stern getraut hat. Ja, und? Das ist Mario-Party, so läuft das. Hat er sich nicht einmal selber verdient. Ja. Ja, und? Ja, aber er ist wieder der arme... Der arme in den Kommentaren. Der arme Champion. Ja. Der arme Superstar. Nicht der Champion, der Superstar. Ja, der Superstar. Entschuldigung. Was wollt ihr denn von mir? Hey, ich gewinne dieses Spiel einfach nur fair. Ich will einfach nur, dass du aufhörst, so gemein zu uns zu sein. Hä? Ich gewinne doch nur mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Ja, es ist doch okay. Ich bin ja doch schon nicht mehr böse, dass du mir den Stern geklaut hast. Finde ich es blöd? Natürlich finde ich es blöd. Kann ich es verstehen? Würde ich es auch machen? Natürlich. Ich würde meinen Stern sofort zurückklauen, wenn ich könnte. Ach, guck mal, du kriegst sogar 20 Münzen, also du brauchst mal gar nicht zu heulen. Ich habe doch gar nicht geheult. Ich habe doch nur gesagt, du sollst aufhören, gemein zu mir zu sein. Und zu allen anderen. Das wäre auch schön, wenn du aufhören würdest, zu allen anderen gemein zu sein. Ich freue mich doch. Ich finde das doch nett. So, jetzt gibt es das Duell immer. Ich mag das nicht. Das mag ich wirklich nicht. Okay, Tom. Let's go. Komm, schön dir eins jetzt. Schade. Ei, 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 ei. Oh. Hä, warum kannst du den jetzt auch klauen? So, Tom. Moment mal, ich habe ja sogar 50 Münzen. Ey, was? Sehr gut, sehr gut, Tom. Ich gönne es dir. Ich gönne es dir. Hoch. Ja, das ist mein Stern, Tom. Ich hoffe, du hältst ihn in Ehren. Mach ich. Gratulation in diesem Sinne. Aber du bist doch nur vorbei. Warum kannst du denn klauen? Normalerweise muss man doch darauf landen. Nein. Bin ich zwar auch nicht, aber... Ach so. Ja, ist okay. Ist okay, komm. Ja. Also, da muss ich ehrlicherweise sagen, bei sowas, da kann ich gar nicht sauer sein, weil das ist eigentlich schon was Gutes. Ja, weil du den Stern halt selber auch geklaut hast. Oh, Baby Bowser. So, jetzt aber... Okay. Ja. Ja, muss jetzt nicht gut sein. Ja, mal schauen, was der noch bringt. Wird schon sowas gut sein. Bestimmt. Ich wüsste jetzt gar nicht, wer den Minispielstern in dieser Runde bisher bekommen würde. Ich glaube, Kahn. Ich hab... Ah, nee. Oder? Ja, ich weiß es halt. Ich glaube, ich hab bisher die meisten Spiele gewonnen. Also, wenn man Team und Einzel zusammennimmt. Ach, immerhin ein Glücksfeld. Glücksi, Glücksi-Feld. Aber vielleicht gibt's ja auch gar keinen Minispiel-Bonus. Das kann natürlich sein. Ha, nochmal ein bisschen Münzis. Let's go. Kann nicht schaden. Kann nicht schaden. So, Peach macht jetzt wahrscheinlich die Eins. Oh, bitte nicht. Und verliert ihre Münzen. Nein, die ganze Kahn. Oh nein, Tanja. Oh, Mann. Junge, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Wie schlimm ist diese Runde heute? Das ist einfach... Das ist nicht zu fassend. Also, ich bin bei Bowser gelandet und der hat mir einfach Münzen geschenkt. Sind deine Tränen-Drüsen bereit? Ja, ich bin immer bereit für Tränen-Drüsen. Ach nein, dann müssen wir alle teilnehmen. Ja, immerhin, ne? Immerhin. Und dann, ja. Und dann, ja. Zum ersten Mal verstehe ich dich. Oder? Ja. Oh, der rennt aber auch richtig. Ja, wirklich, ne? Fire. No way. Oh, nein, er kann am Rand runterfallen. Ich hab's auch gemerkt. Nein. Ey, geht nicht zu nah an den Rand, Leute. Oh, verdammt. Ey, noch fünf Sekunden, ihr schafft ihr. Ne, das habt ihr geschafft. Ja, ich glaub, das... Nein, nein, nein. Oh, toll. Oh, nein, das ist knapp. Boah. Oh, Gott. Puh. Sehr, sehr gut. Let's go. Also, wir gewinnen als Team. Dann behalten wir unsere Münzen. Oh. Okay, weil wir runtergefallen sind. Upsi. Sorry, Lena. War gerade alles gut. Ich hatte ja genug Münzen. Würde noch für Sterne reichen, wenn ich da nochmal dran käme. Das Ding ist, ich weiß halt, ich würde keinen einzigen, ich würde keinen einzigen Dingsstern bekommen, oder? Ja, ich dachte, er wäre bei uns. Ja, super. Ich glaube, das war's. Hervorragend. Ja, ich war mit Sternen, das wird heute schwierig. Fantastisch. Ich bin doch so weit da hinten. Oh, ja, ja. Oh, nein, Daniel, es tut mir echt leid. Warum sagst du Hurra? Ist doch gut. Oh, nein. Ist das dieses, wo die Felsen... Ja. Oh, nee, das ist schlimm. Ja, ein bisschen besser spielen als letztes Mal. Äh, kann man das besser spielen? Ja. Ja, wie kann man? Tom hat's Geld geschafft. Siehst du, ich bin oben. Ja. Okay. Okay. Wir schaffen das, Leute. Glaube ich. Weiß ich nicht. Mit Tom schaffe ich das. Let's go. Ja, Tom. Ja, das ist nicht schlimm. Es reicht ja, wenn einer von uns oben ist. Ey, Kahn, geh doch. Nerv nicht. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Warum ist das so schwer plötzlich? Komm, 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 komm. Nein, nein. Ich hab mich fürs Team geopfert. Oh, das ist unwirklich. Ich hab's geschafft. Du hast dich mal eine Person getroffen. Doch, ich hab Tom getroffen. Ich glaub, zweimal. Ah, Tom, okay. Tom, also, sorry, ich weiß nicht, was heute mit dir los ist. Wieso denn? Wie konnte ich das noch verlieren, ey? Es war doch gut, dass ich getroffen wurde. Dann konntet ihr beide doch hoch. Ja, also, ich wurde so oder so nicht getroffen. Ja, es ist ja gut, jetzt, dass ich so. Kahn, wie viele Sterne hast du noch mal? Kannst dich mal bedanken. Ja, ist die Schlimme. Es ist ja noch nicht vorbei. Tom hat alle Sterne in dieser Runde gerade. Lieber Tom als Kahn. I'm about to cry. Ja, ich bin doch eh dran vorbei. Aber ich weiß gar nicht, wo ich bin. Oh, ein Glücksrad. Uh. What'd you get? Ey, noch einer. Willst du einen abgeben, Tom? Nö. Auch schade. Ach, ja. Ich konnte auch nicht einmal irgendwas kaufen, ne? Lena? Ich auch nicht. Ja, nice. Eine echt miese Map. Ich find die echt mies. Ja, du, ich wollte sie ja nicht. Ah, mehr Cash für dich. Ja, bringt mir nur nichts. Also Münzenfarm läuft bei uns, Lena. Münzenfarm läuft. Ich würde aber gern einen Stern haben. Ja. Das wäre mir ehrlicherweise lieber als so eine Münze. Ich hab doch so viel, kann ich mir nicht einfach welche aus dem Steh greifen. Warum? Wir sind doch auf der linken Seite. Ja, ich schon. Ich glaub ich auch. Aber ich komm da jetzt noch nicht hin. Ach, ich bin auch... Ja, so komm ich da erst recht nicht hin. Ich bin doch meilenweit entfernt. Kannst du ja jetzt einen schönen Doppelwürfel kaufen oder dreifach. Ja, das werde ich jetzt auch absolut tun. Ja, du hast genug Münzen. Oh. Oder eine Goldröhre. Gönn's dir. Gönn's dir. Das mach ich. Boah, das... Was macht die Goldröhre? Bring dich direkt zum Stern. Ach, man. Toll. Ich will auch zum Laden. Ich will mir auch eine. Ich darf nur erstmal... Jetzt darf ich nur erstmal keine Münzen verlieren. Ich will auch mir so eine kaufen. Warum komm ich nicht zu einem Laden? Wo muss ich jetzt nochmal lang? Mist. Hättest du mal anders gesagt, Tom. Hätt ja klappen können. Ja, komm. Ich wollte schon sagen. Oh, das wäre so schön gewesen. Och man, das wäre doch das Beste. Das wäre... Ich habe mich verdrückt. Du musstest dem doch elf geben, oder? Hättest du dem nicht elf geben müssen? Entscheid nicht. Okay. Also 44. Ey, ich war... Ja, ich habe mich verdrückt. Ich wollte auf eins und dann war dieser Delay da. Das wäre so lustig geworden. Bitte nicht Baseball. Okay. Okay, was ist das? Ist das einparken? Dann kann es dann ja nicht. Ach, das ist das. Was ist das? Oh, das. Das ist das. Du musst den möglichst spät stoppen. Ach, möglichst spät. Mhm. Oh, nee. Nein, das ist spät gedrückt. Daniel, du hast gewonnen. Boah, stark. 0,3. Ja, das habe ich schön gemacht. Mann! Das hast du richtig gut gemacht. Das wäre auch schwierig zu schlagen gewesen. Ich wollte gerade sagen, also 0,3, das ist schon... Das ist ja schon knappe Kiste. Ist okay, Daniel, ist okay. Hast du mal verdient. Danke, danke. Nehme ich mit. Ich bin gefühlt so weit vom Stern. In Runde 8 sind wir. Ja, also Tom hat heute sehr viel Glück mit den Würfeln. Ja, aber ist alles gut. Ich habe jetzt meine 20 Münzen. Einen Stern kriege ich vielleicht noch. Oh, noch was versteckt. Ist das dein Ernst? Ey, was ist das denn? Und einen Stern. Nee, und Münzen. Aber du kriegst wahrscheinlich... Es gibt bestimmt so einen Schleichstern diesmal, den du dann kriegst. Warte, ich will es mal wirklich wissen. Wo bin ich denn? Ich weiß wirklich nicht, wo ich bin. Och, Mann. Du bist am Anfang. Oh, ich bin, da ist der Stern. Ich weine. Ich weine. Ja, aber es kommt wahrscheinlich... Also ich gehe stark davon aus, dass noch das Ereignisfeld kommt. Oh, ich weine so, Leute. Warum kriege ich nicht so eine goldene Struhe? Daniel wird jetzt einfach zum Stern gehen. Ja, ich frage mich jetzt halt, soll ich die Röhrertschen einsetzen? Oder vielleicht lieber erst in der letzten Runde? Ich habe nur Angst, dass mir jemand das Item dann klaut. Oder den Stern. Du hast... Ja, aber du hast noch... Also... Warte, stopp! Aber Danja, guck mal, das Problem ist, du hattest nur noch elf bis zum Stern. Ja, ich weiß. Aber das Ding ist, ich habe in dieser Runde noch nie höher als vier gewürfelt. Verstehst du? Ja, aber trotzdem. Nee, nicht trotzdem. Ich hätte das auch einfach in Runde zehn einsetzen können, ja. Aber ich hatte Angst, dass irgendjemand mir dann ein Item klaut oder so. Das kann nämlich auch noch passieren. Du hast ihn jetzt, also... Ich habe ihn jetzt. Take it. Ich habe ihn jetzt und dann klaut ihn mir Kahn in der nächsten Runde. Das kann ruhig auch sein. Tom kriegt noch zwei Dingssterne, zwei Bonussterne, den Schleichstern und den Pechstern. Das Problem ist, Tom hat zwei Warp-Würfel und das ist halt schon ein bisschen gefährlich. Alles gefährlich, ja. So, bitte unter einer Sieben jetzt. Let's go. Jetzt wird gleich sowas von der Warp-Würfel eingesetzt. Oh, das ist das Ereignisfeld hier. Tja. Dann stehe ich kurz davor, glaube ich. Tom, dann setz mal kurz den Warp-Würfel ein. Aber jetzt müsste ich kurz davor stehen. Ey, hört auf. Ich will jetzt auch einen Stern gleich haben. Jetzt bitte. Dann bitte jemand auf ein Ereignisfeld gleich. Nein. Tom, kannst du bitte gleich den Warp-Würfel einsetzen? Habe ich mir doch anders überlegt jetzt. Och, Mann. Das aber auch nie ist direkt ein Feld vorm Stern so ein Ereignisfeld. Was ist das denn jetzt? Oh, nee. Stark, Lena. Ja, aber dann jetzt mit mir runter. Direkt, oh, nee, nicht sowas. Ich hasse solche Spiele, Mann. Oh, nee, nee, Tom, lass einfach, lass einfach sein, Tom. Wir können doch alle hier oben bleiben, Mann. Lass uns doch einfach alle hier oben bleiben. Wir können doch alle einfach stehen bleiben. So, Karn ist schon mal weg. Och, Mann. Okay, und jetzt bleiben wir einfach alle drei hier oben. Wir müssen uns doch nicht runterkicken. Alter, ich habe die ganze Zeit gesagt, wir können alle zusammen gewinnen und ihr macht so. Okay, das ist gemein gewesen. Ich habe euch gar nichts getan. Dann ja wollte eigentlich, dass ihr zu dritt wieder oben bleibt einfach. Ja, wollte ich. Warum? Weil ich wieder unten war. Nee, ich habe das von Anfang an gesagt, Karn. Ich hätte auch dich mit oben gelassen. Ich hätte alle vier hier oben gelassen. Aber ihr seid einfach alle zu competitive. Zu versessen auf den Sieg. Ist nicht zu fassen. Einfach nicht zu fassen. Tom! Also ich finde, bei der Steuerung ist es wirklich so, nach einer gewissen Zeit hat man es eigentlich raus. Ja, das kannst du nur nicht beurteilen, weil du bist ja direkt am Anfang rausgekommen. Das wäre es, glaube ich, jetzt gewesen. Ja, entspann dich. Du bist ja auch rausgekommen. Ja gut, Tom. Ich teile den Sieg sehr gerne mit dir. Hast du gut gemacht. Gleichfalls, danke. So, wir hätten alle da oben stehen können. Wir hätten alle da oben stehen können. Ich brauche jetzt einen Stern. Ach, noch zwei Runden. So, komm schon. Jetzt einmal. Oh, einen neuen. Komm, Tom. Jetzt einen neuen. Komm schon. Nein. Einmal den Würfel umdrehen. Fast. Aber irgendwann kriegst du nochmal Glück. Ich dachte, das wäre jetzt wieder. Sag mal, du willst die aber auch alle sammeln, oder? Ja, natürlich. Zwei Warp-Würfel. Gibt es dafür einen Bonus? Bonus-Stern für die meisten Warp-Würfel. Ja, ernsthaft. So, komm mal bitte jemand auf ein Ereignis feld. Ich bin gleich mein Bowser, Mann. Ach, egal. Lena, bitte nicht. Bitte nicht, Lena. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ah, ein Glück. Erstmal. Ja, weißt du ja nicht. Ja, ich hoffe es einfach. Ja, das ist kein Problem. Ja, aber in der vorletzten Runde lohnt sich das jetzt nicht so. Nee, ich hab noch gedacht, vielleicht wärst du da jetzt noch lang gekommen, aber nee, das wird ein bisschen zu knapp. Ey, Leute, lasst den Stern, wo er ist. Ich bitte euch. Ich bin so nah. Lasst mir doch einen Stern. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Danja? Danja? Es war wirklich, ich hab wirklich. Danja, ich hab's. Es tut mir unheimlich leid. Oh, nee. Let's go! Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Danja? Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich war keine Absicht. Ich kann's nicht steuern, das ist automatisch. Danja? Ich hab doch selber nix davon. Oh, nee. Wirklich richtig gut. So! Das ist doppelte Strafe. Das Gute ist auch, wenn ich eine Eins würfle, ist das nicht schlimm. Lena, du musst jetzt gleich genug würfeln, um zu Buhu zu kommen. Ja, Lena, du kannst dir Buhu leisten. Ja, dann musst du aber Tom eigentlich klauen. Nein. Weil sonst gewinnt, ja, sonst gewinnt aber Tom. Na und? Ihr müsst auch mal ein bisschen daran denken, wer gewinnt und so. Jetzt nicht einfach nur, ja, Kahn. Na doch. Ja, du gibst ja alles dafür, dass wir so denken. Ja, aber sorry, so spielt man diese Spiele nicht. Oh, jetzt ist er wieder vor uns. Du bist nicht, wie man das spielt, oder was? Jetzt ist er wieder vor uns. Ernsthaft, ernsthaft. Oder? Aber erstens müsst ihr euch jetzt vertölen. Oh, na, super. Können wir den Teil überspringen? Ich will meinen Stern. Ich will meinen Stern. Ja, natürlich muss ich jetzt ein Duell gegen Kahn spielen. Na, super. Mhm, genau. Ja. Eine Münze. Ja, das machen wir so. Das jetzt finde ich nicht Superstar-like. Das hättest du vielleicht nicht sagen sollen, Danja. Jetzt gleich. Ich finde ein Superstar geht all in. Warum bist du so? Danja gewinnt. Warum bist du so? Danja, du musst gewinnen. Jetzt kommt, save irgendein Spiel mit Fußball oder so. Quatsch. Wenn ich jetzt verliere, ne? Danja, ich drück dir alle Daumen dieser Welt. Oh Gott. Das ist mir schon klar, dass einer von euch mal mir vielleicht ... Okay, ich hab das Spiel noch nicht gespielt. Ich auch nicht. Okay, was ist das? Einfach noch rauf und runter. Und ihr könnt auch Gas geben. Okay. Okay, ich verstehe. Das sieht echt schwer aus. Ja, weil dieser Delay immer dabei ist. Komm, Danja, das schaffst du. Go, Danja. Go, Danja. Alle in den Kommentaren. Go, Danja. Super, Trouper. Oh, yes. Vorsichtig, vorsichtig. Nein, nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Ja, man hat halt immer so ein Delay. Das ist halt nicht so einfach. Bleib lieber ein Stück hinten, dass du dich darauf einstellen kannst. Danja, sanft. Ja, sanft. Boah, das ist voll schwer. Das ist wirklich übelst schwer. Ah! Ich nehm auch jeden Stein mit, ey. Das ist Flappy Bird Hardcore. Ey, das ist echt Aggression. Ja, bei mir aber auch. Es geht halt auch um 70 Münzen gerade. Um 70? Der Druck ist so hoch. Danja, was machst du da? Ich hab gleich an zu heulen. Geh ein Stück nach hinten, damit du dich auf die Dinge einstellen kannst. Danja, vorsichtig, es kommen zwei. Da durch jetzt. Ja, wie hätt ich denn jetzt da durchkommen sollen? Das war's. Oh, Danja, nein. Nein, Danja, nein. Nein. Das ist blöd. Oh Gott. Das Problem ist, es bringt mir fast gar nichts, weil ich wahrscheinlich immer zum Stern komme. Jetzt hör auf zu heulen von wegen, es bringt dir nichts. Du hast gerade 70 Münzen bekommen. Du bist so furchtbar. Ehrlich, ey. Es kann auch einen Stern geben für die meisten Münzen. Ja, aber den würde, glaube ich, Lena kriegen. Nee, erst mal Tom. Nee, ich hab nicht viele Münzen gehabt diese Runde. Aber den Stern hole ich mir jetzt hoffentlich. Ja, ja, den Stern kannst du dir gerne holen. Und bitte lass ihn da. Erstmal gibt's ein Minispiel. Ich würde gern einen Stern dieses Spiel geben. Den Himmel sogar. Ein einzigen Stern. Ah, ich weiß, wer hieß das. Ich verzweifle. Ich verzweifle. Was ist das? Ach. Ach, nee, nicht das hier. Oh, nein. Äh. Nein. Ja, okay. Aber habt ihr auch so ein Problem, dass den manchmal nicht auf die Seite geht? Okay, dann ist das also nicht so bei mir. Hab ich auch. Ich dachte, ich wäre nur bei mir. Okay, let's go. Aber das ist okay dann. Das geht doch. Mann, ich drück doch da hin. Bitte. Nein. Das geht da rüber. Blöde Nuss. Es geht doch. Ich drück doch. Ich drück doch. No. Na, ihr seid alle. Daniel oder Kahn. Boah, ich glaube, Daniel, wir sind genau gleich weit. Let's go. Ja, natürlich. Und ich hab schon wieder gewonnen. Wir waren noch auf dem gleichen Blatt. Wir waren noch auf dem gleichen blöden Blatt. Ey, Tom, bitte lass mir den, bitte. Komm, bitte jetzt auf keine Runden, auf keinen Stern. Lena, egal was du machst, dein Ziel ist, dein ultimatives Ziel ist es, auf Buhu zu landen, damit du einen Stern klauen kannst. Nein. Egal von wem. Ich will. Hä, aber du kannst doch jetzt einen Stern hier bekommen. Ja. Und danach soll sie da hinlaufen und einen klauen. Ach so, und einen klauen. Ach so, ich verstehe. Ja, du musst aber Tom dann einen klauen auf dem ersten Platz. Es ist wahrscheinlich, dass ich nicht genug Münzen habe, sonst hätte ich direkt Kahn noch den Stern jetzt geklaut. Also, Lena. Ach stimmt, kannst du gleich gar nicht klauen, ne? Ich hab den Eindruck, ich würfel doch eh gleich. Ach stimmt, du kannst dich klauen. Aber kriegst ein paar Münzen von mir. Komm, ich hab ja ein paar. Das sind meine Münzen. Ach so. So, Lena, du weißt, was auf dem Spiel steht? Okay. Und was will ich jetzt, eine Einswürfel? Ich heule dann. 13 ist okay. Ich heule dann, ne? Wir heulen alle mit dir, wenn du eine Einswürfel ist. Okay. Boah, Tom! Was denn? Ah, nee, das ist das nicht, ne? Das ist doch nur ein Itemfeld. Oh, ich dachte schon. Oh, noch ein versteckter Block. Let's go. Was ist das denn? Jetzt gibt es wahrscheinlich einen Stern. Nee, noch mal Münzen. Was ist das denn? Warum findest du die ganze Zeit versteckte Würfel? Ey, Dana, wenn ich jetzt eine Einswürfel haue ich ab, ey. Dann heule ich. Dann gehe ich erstmal eine Runde heulen. Okay. Ich habe so Panik. Keine Eins. Danke. Aber ich glaube, es reicht. Das Problem ist, es könnte sein, dass du danach bei Bowser landest. Yes. Yes. Bitte reicht es nicht für Boo-Woo. Ich glaube, es reicht. Bitte nicht. Wie hat sie denn? Noch vier, ne, fünf oder vier? Ich weiß nicht. Hat sie noch über? Nein, direkt aus dem Bowser. Oh, 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 oh. Irgendwas muss doch kommen. Naja, ich kann nichts mehr verlieren. Let's go. Keine, nicht schlimm. Zu schlimm kann es nicht werden. Oh, nee. Du verlierst einen Stern. Jetzt verlierst du einen Stern. Oh, 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 oh. Jetzt werden wir nochmal alle durchgeschüttelt. Ja, das ist okay. Das ist okay. Ja gut, es bringt aber niemandem was. Es bringt niemandem was. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind zu weit weg vom Stern und... Oh. Ja, dann ja stark. Ja, stark. Uns hat es einfach gar nichts gebracht. Besser das, als wenn er mir noch einen Stern geklaut hätte. Wirklich. Ja, das wäre jetzt echt gut gewesen. Ja, jetzt kriege ich die hohen Zahlen oder was. Vielen Dank. Wirklich. Vielen lieben Dank. Das ist wirklich sehr nett, liebes Spiel. Sehr, sehr nett. Ja, immerhin. Zweiter Platz auch, okay. Bisher. Mal gucken, was noch kommt. Zwei, okay. Achso, klar. Gut. Gibt es noch ein Minispiel zum Abschluss? Ja, letztes Minispiel. Ich heule. Ach nee, warum? Alle gegen Lena. Warum gegen mich? About to cry. Aber nochmal Tor. Treibsandwirbel. Oh, schön, da gibt es nochmal Minis. Das geht auch nur um Minis. Kann man nochmal abcashen. Ja, super. Das ist auch schön. Quält mich doch noch mehr. Nein. Warum? Ich wollte doch nicht gegen euch. Ach, Mann. Boah, war das knapp. Ach, so knapp. Aber immerhin. 19 Münzen für uns. Ach, die müssen wir auch noch unter uns aufteilen, ne? Die Münzen. Ja? I don't know. So. So, ist das jetzt vorbei? Ist alles vorbei. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Ja, ich bin gespannt. Ja, Tom wird gewinnen. So. Was für einen Bonus gibt es denn? Also Tom, also Einkaufsbonus. Einkaufsbonus. Ja, das wird wahrscheinlich Tom bekommen. Ne, ich hab nichts eingekauft. Ja, ich glaube aber trotzdem. Ich hab was eingekauft. Was? What? Ja, ich auch. Ach ja, Kahn hat's hier auch was gekauft. Ach, herje. Vielleicht holen wir Tom noch auf. Mhm. Trödelbonus. Den kriegst du Tom. Den kriegst du Tom. Ja, come on. Ja. Was? Was? Danja gewinnt einfach. Hast du mehr Münzen als ich? Weil dann hast du gewonnen. Ich glaub nicht, dass ich mehr Münzen als du mag. Nee, du hattest vermutlich nur sieben, ne? Mhm. Ja, ich bin als erstes weg. Trotzdem spannend. Du bist sogar noch auf dem zweiten Platz gelandet, Danja. Let's go. Wie auch immer. Ach, da gewinnt ich auch noch. Herzlichen Glückwunsch, Tom. Ja, Glückwunsch, 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 Glückwunsch. Ja. Komm, komm. Jetzt auf einmal bist du der Superstar. Komm, komm, bist du heute so schlecht. Also ich fand, ich war ganz gut. Let's go. Ja, stabil. Habt ihr halt ein bisschen Pech. Stabil. Let's go. Danke. Schön gemacht. So, Leute, das war eine XXL-Mario-Party hier auf Yoshi's Tropical Island. Ich fand's wieder sehr witzig. Zum ersten Mal hab ich gesehen, dass es bei Bowser auch Münzen gibt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Leute, was euch gefallen hat, gerne abonnieren, kompensieren, Glocker aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Bye, bye. Hier. Ei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö. hi. Untertitelung des ZDF, 2020